Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute mit einer neuen Folge von Dr. Panda Racers. Dr. Panda, Rennfahrer. Und wir starten auch direkt. Wir werden heute auch wieder eine neue Strecke bauen, Leute. Bei dieser coolen App für Android und IOS macht wirklich sehr viel Spaß. Wir können eigene Fahrzeuge bauen und auch eigene Strecken. Aber als erstes mal vielleicht ein eigenes Fahrzeug mal wieder, denn wir haben einige Teile in der letzten Folge freigeschaltet. Machen wir ein neues Auto. Was wählen wir denn? Ich glaube, das wähle ich mal hier vorne. Hier ist es auch. Und das hier hinten. Wow! Und die neuen Felgen hier. Cool. So, Deckhand von der Farbe machen wir blau. Die machen wir blau, Leute. So, dann mal bitte drüllen. Genau so. Ich bin gespannt, wann es neue Farben gibt. Langsam möchte ich hier auch mal eine andere Farbe, vielleicht ein grünes Auto oder so. Oh, den Spoiler, den können wir hier auch noch lackieren. Okay. Das sieht doch gut aus. Dann geht es weiter. Vielleicht nehmen wir jetzt erstmal eine Strecke, die wir eben, die wir letztens schon hatten. Die haben wir aber auch selbst gemacht, Leute. Eine Strecke selbst gebaut. Da klicken wir einfach hinten rechts hin. Äh, ich will diese Strecke hier. So. Sauber ist der Wagen schon, das heißt, es geht weiter und der driftet hier in die Kurve. Oh, heute ging das Schwenk. Oh, der hat sogar einen Fernseher da hinten. Das ist ja cool. Der hat einen Fernseher da hinten. Jetzt können wir den auch freischalten. So, erstmal anschneiden, Panda. Anschneiden, habe ich gesagt. So. Okay. Dann geht es gleich los. Der kriege ich ja jetzt auch mal einen Boost. Nein, irgendwie nicht. Los. Oh, nein. Überholt. So. Der Looping sollte klappen. Yes. Ah, bei ihm hat es nicht geklappt. So. Zack. Das klappt auch durch den Feuerring. Und. Dann hier ein paar Saltos. Yes. Zwei Stück sogar. Und dann ab ins Ziel. Yes. Ich glaube, Bestzeit sogar. Obwohl wir einen Unfall hatten. Yes. Ich hoffe, wir können das Teil mit dem Fernseher hinten freischalten. Das wäre echt mega cool. Oh, ne. Ist auch okay. Sieht auch in Ordnung aus. Jetzt noch ein Rennen. Vielleicht mit einer neuen Strecke, Leute. Ja. Wir machen eine neue Strecke. Da hinten. Einfach auf das Pluszeichen drauf tippen. Und dann unsere neue Strecke. Hier haben wir den Stift. Als erstes eine schöne... Nein. 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 So. Erst eine schöne Gerade. Und dann so. Und dann wieder eine schöne Gerade. Und dann so. Okay. So. Wir machen wieder sowas cooles hier. Okay. Kann ich das nicht verschieben vielleicht? An eine andere Stelle. So. Ich will am Anfang... Will ich mal sowas hier. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Dann kommt hier das Ding in der Kurve. Und hier... Mh... Nehmen wir mal sowas. Okay. Gut. Mal gucken, was das für eine Strecke sein wird. Ob die uns hier gefällt oder ob wir Erster werden. Werden wir gleich sehen. So. Wagen sieht immer noch gut aus. Aber vielleicht sollten wir den jetzt einfach mal waschen. Obwohl er eigentlich noch nicht so dreckig ist. So. So. So, genau. Einmal hier. Abwaschen. Dann geht es weiter zum Rennen. Okay. Ah, schon wieder gegen den Jeep hier. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Teile. So. Anschnall. Haben wir gemacht. Dann geht es jetzt auch los mit dem Rennen. Warum kriegen wir die den Wunst am Anfang? Oh, was ist das? Was war das? Ach, die Reifen mussten wir hier wechseln. Okay. Hupen. Yes, wir grinden hier durch. Wow. Ach, da draufkriegen wir einfach. Jetzt habe ich es verstanden. Das war Dreck, wo wir raus mussten. Nochmal, glaube ich. Boah, der ist aber auch schnell gewesen. Das heißt, jetzt nochmal. Wir sind nur Zweiter geworden. Wir sind zwar kein Verlierer, aber wir sind auch kein Erster Sieger. Und das stört uns deswegen. Gibt es jetzt nochmal das gleiche Rennen. Dann gucken wir, ob es gegen den Gleichen geht oder gegen jemand anderen. Und das ist ja auch ein bisschen. Okay, die Strecke bleibt gleich. In der Werkstatt muss eigentlich nichts gemacht werden. Die Reifen sehen auch. Aber brauchen, glaube ich, Benzin. Ja, jetzt brauchen wir mal Benzin. So, komplett voll machen. Yes. Alles klar, also tanken muss man hier auch. Haben bisher noch gar nicht gesehen. Waschen wollen wir diesmal nicht. Oh, wieder mit dem, der den Fernseher hat. Also hier wieder ein neues Teil, was man von dem freischalten kann. Anschneiden. Sehr, sehr wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Reifen muss ich jetzt ein bisschen schneller wechseln. Los. Yes. Schon mal aufgeholt. Die Kurve auch. Super. Nein. Schnell, 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 schnell. Yes. Geht mir hier durch den Dreck. Yes, 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 yes. Yes. Wir sind Erster, Leute. Mal gucken, was wir jetzt freischalten werden. Ein neuer Bestzeit, glaube ich. Oh, wir sind Erster. Was gibt es jetzt? Da bin ich mal gespannt. Gibt es den Fernseher? Nein, es gibt erstmal den Sitz, Leute. Heute wieder Dr. Pandas Racer. Dr. Pandas Rennfahrer. Oder Dr. Panda, die Rennfahrer. Leute, was sagt ihr zu dieser App? Wir haben schon einige Teile davon gezockt. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Werden wir auch noch weiterspielen. Was sagt ihr? Gerne einen Daumen nach oben. Was ist denn euer liebstes Dr. Panda-Spiel? Schreibt es doch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.